Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley hat die geistige Fitness ihres parteiinternen Rivalen Donald Trump angezweifelt. Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen verwies am Samstag bei einem Auftritt in New Hampshire auf einen Ausrutscher des Ex-Präsidenten. Trump hat am Freitag offenbar Haley mit Pelosi verwechselt, als er über die Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger am 6. Januar 2021 redete. Gestern Abend ist Trump auf einer Kundgebung und er geht weiter und erwähnt mich mehrmals, warum ich während der Kapitolunruhe nicht die Sicherheit übernommen habe. Warum ich den 6. Januar nicht besser gemeistert habe, ich war nicht mal am 6. Januar in D.C. Und wollen wir wirklich eine Wahl mit zwei Jungs antreten, die in ihren 80ern Präsident werden? Und das ist nicht Alterismus, von dem ich hier spreche. Wir sehen, dass sich Biden in den letzten zwei Jahren so sehr verändert hat. Haley betonte, sie sei weder für die Sicherheit im Kapitol zuständig gewesen, noch habe sie sich damals in Washington aufgehalten. Ohnehin gibt es für Trumps Behauptung, dass er während der Belagerung Hilfe angeboten hat oder dass ein solches Angebot abgelehnt wurde. Keine Belege. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020